Das Arte-Journal am Montag. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute. Es geht ein Ruck durch die Türkei. In den letzten vier Tagen gingen 100.000 Menschen landesweit auf die Straße, um ihrer aufgestauten Wut Luft zu machen. Im Visier der Demonstranten Regierungschef Recep Tayyip Erdogan mit seinem autokratischen Führungsstil. Begonnen hatte die Protestwelle mit dem Kampf um die Bäume am Istanbuler Taksimplatz. Doch schnell wurde klar, dass es bei den Protesten um weitaus mehr geht. Um Meinungsfreiheit, Toleranz und Demokratie. Über das Aufbegehren der türkischen Zivilgesellschaft berichtet Thomas Simon. Und aus Istanbul begrüße ich nun unseren Türkei-Korrespondenten Herr Köhne. Guten Abend. Sie befinden sich nur wenige Meter vom Taksimplatz entfernt. Für heute Abend sind neue Demonstrationen angekündigt. Wie ist denn die Stimmung derzeit vor Ort? Das waren Einschätzungen live aus Istanbul von Gunnar Köhne. Vielen Dank für diese Informationen. Die weltweite Abrüstung von Atomwaffen stockt. Zu diesem Ergebnis kommt das Friedensforschungsinstitut SIPRI, das in Stockholm einen entsprechenden Bericht veröffentlicht hat. Demzufolge vergrößern vor allem China, Indien und Pakistan ihren Atomwaffenbestand. Insgesamt gibt es derzeit weltweit 4.400 einsatzbereite Nuklearwaffen. Unterstützung des Feindes, so lautet der Vorwurf gegen den mutmaßlichen Wikileaks-Informanten Bradley Manning. Vor einem Militärgericht in den USA muss sich der 25-jährige Soldat ab heute verantworten. Dass Manning tausende geheime Dokumente der US-Armee an Wikileaks zugespielt haben soll, hat der Obergefreite bereits zugegeben. Den zentralen Vorwurf der Unterstützung des Feindes jedoch weist er zurück. Über den Prozessauftakt berichtet Barbara Lohr. Und mehr zum Prozessauftakt gegen Bradley Manning finden Sie auch auf unserer Internetseite. Um den französischen Staatshaushalt zu entlasten, will die sozialistische Regierung unter Präsident Hollande Steuererleichterungen für Familien mit Kindern kürzen. Damit sollen im kommenden Jahr 1,1 Milliarden Euro bei den Familienleistungen eingespart werden. Die betroffenen Haushalte bezahlen dann durchschnittlich 64 Euro mehr Steuern im Monat. Über Hollands umstrittene Familienreform berichtet Marc-Antoine Valverde. Die Hochwasserlage in Tschechien, Österreich und weiten Teilen im Süden und Osten Deutschlands bleibt angespannt. Wegen Dauerregen und Überschwemmungen mussten Zehntausende bereits ihre Häuser verlassen. Vielerorts herrscht Ausnahmezustand. Besonders dramatisch ist die Lage in Tschechien. Dort starben bereits fünf Menschen. In der Dreiflüsse-Stadt Passau wurde mit 12,50 Meter ein historischer Pegelstand erreicht. Über das Hochwasser im Mitteleuropa berichtet Alexander Wolkers. Lebensmittelskandale, Datenmissbrauch, Abzocke bei Warteschleifen. Das Vertrauen der Verbraucher in Deutschland ist erschüttert. Dies zeigt eine neue Studie, die beim Deutschen Verbrauchertag in Berlin vorgestellt wurde. Verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will Angela Merkel auch in eigener Sache. Doch ihre milliardenschweren Wahlversprechen stoßen auf Kritik. Bei der Opposition und dem eigenen Koalitionspartner FDP. Auch wenn die Bundeskanzlerin seit Monaten das Ranking der beliebtesten Politiker anführt, auf ihren Lorbeeren darf sich Angie nicht ausruhen. Im Vorwahlkampf gibt sich Merkel nun auffällig volksnah. Über den überraschenden und persönlichen Stil der Kanzlerin berichtet Tom Theodor und Michael Scheel. Frauen am Dirigentenpult sind immer noch ungewöhnlich. Zu den wohl außergewöhnlichsten Persönlichkeiten ihrer Zunft gehört die Französin Emmanuelle Aym. Kritiker loben vor allem ihre Fähigkeit, alte Musik so zu interpretieren, als wäre sie von heute. Als Barockspezialistin gibt sie derzeit in der Pariser Oper Garnier den Takt an. Warum Emmanuelle Aym einigen ihrer männlichen Kollegen um Taktlängen voraus ist, sagt uns Erhard Feist. Sie hat die renommierte Dirigentin in Paris getroffen. Et voilà, das war's von uns für heute. Im Programm geht's jetzt weiter mit dem ersten Teil unserer Doku-Reihe über die viertgrößte Insel der Welt, Madagaskar. Und um 20.15 Uhr begeben sich Kirk und die Enterprise auf eine diplomatische Mission in Star Trek Teil 4, das unentdeckte Land. Ihnen noch einen galaktisch-kultigen Abend. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Tschüss et à demain. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020